Hallo Leute, ich habe heute einen H&M Online Gutscheincode für euch und zwar beträgt der ganze 50%. Jedoch gilt dieser nur für nicht reduzierte Ware und auch nur noch zum 7. November und auch nur auf einen Artikel. Dazu gebt ihr einfach den Gutscheincode Nummer 0252 ein und ihr spart 50%. Was ich einfach gemacht habe, weil ich natürlich diese 50% wirklich nutzen wollte, ist, dass ich mehrere Bestellungen aufgegeben habe. Also ich habe jeweils immer nur einen Artikel bestellt, darauf die 50% erhalten und dann mir noch was bestellt und dann nochmal 50% erhalten. So könnt ihr es natürlich machen. Und dann habe ich nämlich noch einen Gutscheincode für euch und zwar spart ihr damit euch den Versand. Also der beträgt 5 Euro, klappt aber nicht immer, aber ich würde es trotzdem mal versuchen, dass ihr die beiden kombiniert und bei mir klappt es eigentlich fast immer. Der lautet 1304 und wenn es klappt, habt ihr auf jeden Fall 50% gespart und nochmal den Versand und das ist ja einfach super, oder? Und ich habe auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge damit gespart. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne auf Facebook oder Twitter mal berichten, was ihr euch Schönes gekauft habt und wie viel ihr gespart habt. Also nur wenn ihr möchtet. Die Links findet ihr in der Infobox und auch nochmal, was die Bedingungen sind und die Codes schreibe ich euch auch nochmal unten rein. Ansonsten erwartet euch die nächsten Tage ein großer Fashion Haul und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Sparen und bis zum nächsten Video. Ciao!